Musik Und wie weit denkst du, dass er fliegt? Etwa 400 Meter. 200? Oder 100? Der wird genau in Afrika landen. Ich bin mir unsicher, ob der überhaupt fliegt. Das ist vielleicht ein paar Kilometer. 2 Kilometer. 2,5 Kilometer. 3. 1,80 Meter. 2 Meter. Ich finde es weit. Ja, weit. Nein, das sind schon ein paar Kilometer. 2 Kilometer. 3 Kilometer. 1 Kilometer. 3 Kilometer. 4 Kilometer. 8 Kilometer. Über 2 Kilometer. Und wie hoch? Ich weiss es, ich weiss es. Es fliegt etwa 20 Meter in die Höhe. Ja, ich habe eine alte Räume. Dann können sie einen riesen Stichflamme geben und dann flüttet er schon nicht mehr. Über 200 Meter hoch. Was? 80 Meter! Ich habe alle Berechnungen richtig gerechnet. Einmal eins, zwei mal zwei, vier mal sechs. Gut, dann erwarten wir, wie es zieht. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020